Herzlich Willkommen bei TV No! Heute mit mir und Felix von der Elbe und zwar präsentieren wir euch heute unseren Grünen Welt Lina. Grüner Welt Lina, ja, das Etikett ist neu und es ist auch ein neuer Wein. Ist besonders schön auch. Superschön, ganz ganz hübsch, ja. Es ist eine Premiere sozusagen. Der Johannes ist nach Österreich gereist und mit dem Auftrag Grüner Welt Lina für uns zu finden. Quasi ein TV No! Special Grüner Welt Lina hat ihn gefunden und ja, hier ist er. Also es ist die erste Flasche und Felix darf es probieren. Ich bin gespannt. Also Grüner Welt Lina ist ja eine Rebsorte klassisch aus Österreich. Okay. Die wird in England und Amerika gerade super gehypt. Ich meine, die können sie es nicht aussprechen, dann sagen sie Grüner Welt Lina. Grüner Welt Lina. Genau, aber Grüner Welt Lina ist einfach ja unglaublich tolle Rebsorte, die toll zum Essen passt, immer super gut zum Trinken, schön trocken ist. Ich finde sie sehr frisch. Super frisch, ja. Ich finde so, biernig, ne? So grüne Birnen, grüne Äpfel, also das Granny Smith Aromen. Und auch dieses, also grüne Metlin hat ja immer so diese Eigenart oder diese Charakter, weißen Pfeffer zu haben und ich finde, das riecht man hier auch. Es ist so ein bisschen pfeffrig-würzig, ne? Genau, etwas Würziges total. Und vom Geschmack her auch wirklich dieses Bier noch, ne? Granny Smith, grüner Apfel, pfeffrig, also ich würde sagen, Johannes hat einen guten Job gemalt. Ja, der prickelt auch so schön, der ist so richtig schön. Will man gleich noch mehr trinken. Ne, super, also ich glaube, wir nehmen ihn auf in unseren... Super, ein super Teamwein. Johannes, Dankeschön. Danke, Johannes. Grüner-Weltliner bei TVNOW. Cheers.